S-Pen und AirView auf dem Samsung Galaxy Note 4 Mit dem S-Pen und AirView können Sie sich auf Ihrem Samsung Galaxy Note 4 unter anderem Symbolbeschriftungen oder eine Inhaltsvorschau anzeigen lassen. Wenn Sie sich zum Beispiel in der Galerie-App befinden und die Stiftspitze knapp über den Touchscreen über einem Miniaturbild halten, wird eine Bildvorschau mit zusätzlichen Optionen eingeblendet. Im Videoplayer können Sie sich über der Zeitleiste die Vorschaubilder der entsprechenden Videoszenen ansehen. Bei einer scrollbaren Ansicht können Sie, anstelle der üblichen Streichbewegungen über den Bildschirm, auch die Scrollfunktion des S-Pen benutzen, indem Sie ihn am oberen oder unteren Ende des Inhaltsbereichs platzieren. Auch bei Textnachrichten steht Ihnen mit AirView eine Vorschau zur Verfügung. Und zwar, wenn Sie mit dem Zeigersymbol Ihres S-Pen über einen Link fahren. Jetzt wird eine Vorabansicht der verlinkten Website in das AirView-Vorschaufenster geladen. Sie können beim Erstellen einer Nachricht außerdem das AirMenü benutzen, um zum Beispiel einen Kontakt aus Ihrem aktuellen Gesprächsverlauf auszuwählen. Das funktioniert zum Beispiel auch in der E-Mail-App. Hier können Sie mit dem AirMenü zusätzlich einen Anhang hinzufügen. In der Einstellungen-App lassen sich die einzelnen AirView-Funktionen an- und abschalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.